Yo! Leute! Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren kleinen Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Like, Da und Abo. Ihr kennt das ganze Ding. Wir spielen heute, wie ihr im Titel sehen könnt, schon ein wunderbares Match gegen einen wunderbaren Kampagne. Das sollte schon vor einigen Tagen passieren. Aber es ist eine Übung für das ganz große Match. Und zwar spielen wir jetzt gleich eine Runde FIFA gegen den guten Herr Felix. A.K.A. Dena. Ich habe hier alles vorbereitet. Der hat eine Weile schon nicht mehr FIFA gespielt. Ich auch nicht. Aber, no problemo. Ich würde sagen, wir holen den Jungen mal ganz kurz rüber. Aber davor möchte ich noch eine Sache machen. Entschuldigung, Video von gestern gucken. Wichtig, bitte. So, jetzt rüber. Heinen nimmst du gerade auf. Ich kann in 5 Minuten aber. 5 Minuten? Was willst du machen? FIFA spielen gegen dich. FIFA? FIFA spielen gegen dich. Ich liebe dich. Ich habe ja kein FIFA gespielt, aber gegen dich das reicht. Okay, cool. Okay, so weit hier. Pass mal auf, dein Bonsai-Baum da hinten. Der endet so wie du gleich. Okay, der kommt gleich rüber. Wir bauen schnell noch den Rest zu Ende. Und dann sehen wir uns jetzt im Match. Der Waffler. Ja, das ist der Waffler. Der kleine Waffler. Ich möchte auch so einen Custom-Controller. Den kannst du dir bei Xbox selber machen, ne? Deswegen. Die haben mir einen Code geschickt. Werbung ist auf jeden Fall real, Alter. Liebe an Maxi. Maxi, was ist zwischen uns passiert? Was ist zwischen uns passiert? Okay, du musst nach rechts. Jörg, lass mal ein Bundesliga matchen. Was ist dein Liebster Bundesliga-Fahren? Ich kann mit Frauen spielen. Kannste auch mit Frauen spielen. Lieber nicht. Oooooooh. Auf wieder sein! Oh du bist vorbei! Hast du nicht gesagt? Markus Lanz kann es knicken zum zweiten Mal jetzt, Alter. Ja, natürlich sind Männer und Frauen genau das selber. Richtig. Reit dich nicht weiter rein! Will ein Team aus jetzt, Mann! Leipzig, die sind auch voll unsympathisch, oder? Weiß ich nicht, Red Bull halt. Ich finde tatsächlich, in der Formel 1 finde ich Red Bull das sympathischste Team. Ohne Spaß. Stimmt auch. Gerade mit Daniel Ricciardo, Wieso sieht er so kacke aus? Äh, weiß ich tatsächlich auch nicht, warum das so ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich verstehe es nicht so gerade. Aber wenigstens 60 Hertz, alles gut. 60 Hertz vor allem, 60P. 60, 60, 100P. Ja, hä? Nein, ich schwöre, ich dachte, ich war grüßt. Das kann nicht sein. Ich sage dazu nichts, Alter. Das kann nicht sein. Ich sage dazu nichts. Ich feiere einfach mal, obwohl er nichts gemacht hat. Er feiert einfach mal eine Runde, Alter. Komm, wir starten neu. Wir starten das neu. So kannst du nicht anfangen, Alter. Das kann nicht dein Ernst sein. Junge, sagst du auch nichts. Ja, natürlich nicht, weil keiner sein eigenes Tor läuft, Mann. Wir haben doch über Formel 1 nachgedacht. Da muss man immer nur nach rechts fahren. Okay, wir wollen erst mal ja Jacke aussehen, Alter. Ja, okay, alles gut, alles gut. Ich merke schon, ey. Okay, aber gegen die Schuhe 2-Schein. Ich habe tatsächlich noch nie gegen einen anderen gespielt in FIFA. Was? Alter, da habe ich ja tatsächlich eine Chance. Ja, tatsächlich. Warum spielst du denn nie FIFA? Bist du eigentlich nicht so Fußballfan? Wiebel. Oh, komm, 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 da ist er frei. Was macht er denn? Weg, weg. Junge. Oh. Na, jetzt. Alter. Alter. Der sah halt kurz drin aus, oder? Hat Sommer sich auf jeden Fall mal ganz kurz hingesetzt, muss man sagen. Oh, oh, jetzt schießt doch, Alter. Was ist das denn passiert? Oh Gott, Alter. Warst du mal Bremen-Fan, oder? Ja, ja. Aber damals haben die noch Offensivfußball gespielt, weißt du? Da haben die immer so 8 zu 4 Ergebnisse gehabt. 8 zu 4, Alter. Und da sind mal Meister gewesen und so weiter. Und Miku und Jäger und Klassnisch und Klose und was weiß ich nicht alles. Und Pizarro. Und jetzt ist halt einfach, ja, Pizarro war später noch. Ah, jetzt ist einfach gar nicht mehr. Pizarro ist wieder irgendwie. Kopfball! Ach, was ist das denn? Ui. Ey, Pizarro ist bei irgendjemandem in der Bundesliga jetzt wieder, ne? Ja, ja. Ist mir tatsächlich aufgefallen. Ist jetzt wieder zurück. Was? Ja, das ist neue Ecken. Ach so, neue Actionsteuerung, die kenn ich nicht. Ah, das ist schon mal ne gute Entschuldigung, aber! Gibt's aber auch schon seit letztem FIFA, du hast echt ne Weile keinen FIFA mehr gespielt dann, ne? Ja. Kann es sein, dass wir bis jetzt auch kein einziges Mal faul hatten. Ja. Das ist ja, sollte man ja ändern, nach 17 Minuten hier sind viel zu fair unterwegs auf jeden Fall. Wir sind viel zu fair unterwegs. Oh, komm schon, ey. Das war... Das war... Es war ne mit... Ich möchte mal ganz kurz die Statistiken anschauen, ja. Oh, du jetzt in Statistiken. Raus aus den verdammten Statistiken. Alles gut, ey. Guck dir einfach, Alter, Wikipedia, den er schlägt wieder zu jetzt. Alter, schön Statistiken nachgucken im Let's Play. So funktioniert das nicht mehr. Na! Oh, oh! Oh! Oh, komm, das gibt's doch nicht, ey. Der war perfekt an der Seite da. Nee, nee, nee. Keine Show, mich ist wirklich geklärt. Einfach mal rausballern. Na, zie! Wohin soll er denn ziehen? Ja, weg! Und, und, und! Da ist es! Nein, das kann doch nicht sein! Oh! Was war das denn für ein schwacher Koffer? Na, Werner mit ihm hier mal ein bisschen schön! Schnell da rein! Werder? Werner? Werner! Ah, Werner! Ich dachte... Aber es gibt ja Leute, die Werder heißen, ne? Werder? Echt? So wie Schalke. Das sind dann die harten Assis. Hallo, mein Name ist Schalke. Mein Vater war großer Fußballfan. Oh, das ist jemand, der kann's aus der Distanz. Ich bin gar nicht so drin diese Saison, muss ich sagen. Ich hab auch noch kein Spiel gesehen. Oh! Oh! Da war einfach ne Lücke. Ne riesen Lücke. Ja, aber dann war die auch wieder zu. Oh! Oh! Der hält ihn nicht nur fest! Der Klassiker bei FIFA hier. Oh Gott! Oh! Oh! Also wenn... Ne! Das ist doch abseits! Das hab ich doch... Millimeter! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Da unten ist frei! Ja, hab ich aber sicher geklärt, muss man dazu sagen. Das hätte ich antäuschen müssen. Das könnte es sein. Guck mal! Ich glaube nicht, dass es ist. Uh! Ah! Oh Gott! Der ist aber schnell, der Sack! Boah! Super! Ja, abwehrmäßig bin ich halt ein Bollwerk. Das ist halt egal welches Team. Viele nehme ich deswegen auch den Abwehrriesen. Von FIFA. Oder den Riesling von FIFA. Abwehrriesling. Abwehrriesling. Komm, komm, komm. Das hat auch keinen Sinn. Der will ja da unten, ne? Oh! Der blockt ja mich aus. Der muss auch springen. Das war ein gefährlicher Fall. Da wollte er sich mal zeigen. Also wenn ihr jetzt wieder zu langsam ist, dann weiß ich auch nicht. Oh komm! Da muss aber mehr gehen. Hä? Ja, perfekt. Ich sag ja Abwehrriesling. Wieso ist der denn so scheiße? Ich sag dir, der Riesling ist... Ja, es ist Leipzig, ne? Man muss auch mal fair bleiben. Oh! Ah! Und? Das wäre wirklich... Wirklich scheiße! Ah! Das kann doch nicht sein, dass er die nicht nimmt! Mann! Was ist denn los? Das muss ein Tor sein! Das war eine hundertprozentige. Ey, eine hundertprozentige vor der Pause liegen lassen. Ne, ich muss mal kurz auswechseln hier. Das kann so nicht weitergehen. Irgendwas ist hier falsch. So, das wird jetzt erstmal gewechselt. Also, Augustine hat mich auch bisher gar nichts überzeugt. Da kam bisher gar nichts von ihm. Augustine? Ey, Wedi, was geht denn los? So, die beiden... Das ist aber auch Standard-Einstellung hier. Okay, ich bin fertig. Ja, ich bin längst fertig. Okay, Jean-Claude von Dem, hast du drin gelassen? Okay. Das ist natürlich ein offensives, äh... Sehr offensives. Jetzt wird's schnell, würd ich hier nur mal sagen, ne? Also, nicht, dass ich wundere. Jetzt gleich wird's ziemlich schnell hier. Oh! Traoré ist natürlich schon, äh, ist ein Biest. Oh, oh! Und? Oh, oh! Oh, oh! Da kommt die Flanke rein, die sehr flach war, warum auch immer. Der einen sehr großen Menschen platziert und der... Einen sehr großen Menschen. Man nennt ihn auch Sebastian Großmensch. Oh Gott, ey, das ist jedes Eins, Eins gegen Eins, fast... Na! Die einen wird klumpft! Och, ne, da kommt er durch, da kommt er durch. Da kommt der Schuss! Ja! Der verhilft sich auch! Junge! Pausen! 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 Abpausen! Es gab mal den, der Pausen hieß, da wurde es egal, Schalke und so, aber der sieht irgendwie anders aus, ja. Oh, verletzt. Oh, nicht gut. Oh, verletzt. Das tut mir sehr leid. Oh, oh! Steht er noch mal auf? Unglücklich! Oh, du kannst noch spielen mit ihm hier. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Der ist ein Kämpfer. Das ist eine Fleischwunde. Alles gut. Oh, ne, 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 ne! Oh, da hätte der einfach noch... Dafür, dass er verletzt ist, spielt er noch viel zu gut. Ja, super. Guck mal, ein Schwerzeug da, der ist noch ein bisschen los, ey. Das war sehr... Oh, 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 oh! Wie ist er, du einfach so durchpassen kannst, ey! Oh, oh, oh! Ja, das war zu einfach. Da hättest du noch ein bisschen mehr Weg gebraucht. Das war zu einfach. Können wir nicht die 0-0 hier rausgehen? Da ist es. Da ist er. Da ist er. Ja, ne! Da ist der Angriff, ey. Der ist auch schon jetzt ziemlich kacke. Oh! Oh, nein! Ja! Das ist da! Endlich! Was für ein Teil auch noch, Alter! Junge! Was ein Knaller, ey! Puh! Puh! Siehst du das? Das Heimstadion, wie die abgehen. Die generischen Mönchengladbacher, die auch in jedem anderen Stadion stehen. Guckst sie an. Da springen wir! Geil, Alter! Mit dem Gesicht und ein schönes Tor war das. Oh, da ist er noch mal, der Traurig. Wieder, da prischt er wieder nach vorne. Ist das die zweite Chance? Oh, oh! Ey! Stier auf, Junge! Oha! Das ist, äh... Unglücklich gewesen. Okay. Aber ich sag mal, so ein paar Menüchen haben wir ja noch. Da ist ja noch was drin hier. Oh! Da ist er schon wieder gekrabbelt, ey. Ich sag es dir. Ich dachte schon, das ist abgefüllt von mir. Ne, ne. Das wäre auch ein bisschen sauer gewesen, ja. Boah, okay. Boah, die beiden haben wir auch hier im Duell die ganze Zeit. Ja, jetzt verteidigt er da, ne. Jetzt ist er natürlich... Ah! Boah! Das war gut, ey. Jawoll! Aus dem Nichts kommt das noch! Was ein Ding auch, Alter. Das war richtig krass. Einmal rein hier. Ne, ne. Das ist jetzt nicht gut. Boah! Oh! Das gibt's doch nicht, dass er das nicht gemacht hat, Mann! Wo ein Abschluss ist, da folgt ein nächster, sag ich immer. Hm. So. Da hast du gerade... Tatsächlich recht! Das stört mich! Oh! Oh! Unfassbar, ey. Schon wieder aus der gleichen Ecke. Oh! Na komm, das ist jetzt nicht so ein Ernst! Oh! Ist das ein Abseitsgewisser? Das war Abseits, ja. Du kannst noch mal auswechseln. Oh! Ja, okay. Das war aber ordentlich. Ich dachte schon, der Zweiter. Das habe ich auch nicht... Das habe ich nicht ganz gesehen. Ja, das war... Das war ein toller Abschluss, muss man sagen. Nice, auf jeden Fall. Oh! Oh! Als... Oh, Mann! Was ist das für ein Match, bitte, Mann! Was ist das für ein Match? Das kann doch nicht sein! Ja, glaubst du. Da kommt er von der Seite. Macht nichts. Das war ein... Fuck! Das ist ein Freistoß. Und ich bin ein Freistoß-Spezialist, ne? Ey, ganz ruhig, ganz ruhig, Junge! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Guck mal, eskaliert! Hä, die zurück! Hä, die zurück, ey! Halt mich zurück, jetzt! Halt mich zurück, jetzt! Halt mich zurück! Oh! Verdammt, ey! Das war ein entscheidender. Ja, Junge! Das war jetzt einmal richtig dumm. Oh! Oh, komm! Das kann doch nicht sein, was ich da für Chancen habe. Und gleich machst du bestimmt so ein Ding, und dann verliere ich. Hä? Als ob! Als ob! Als ob! Das war niemals beigespielt, Mann! Das war beigespielt, Mann! Jetzt gibt's noch eine Verlängerung. Oh mein Gott, Felix! Wir müssen das austragen! Wir müssen das austragen! Oh Gott, oh Gott! Oh, da kommt der Ball! Oh, ne, ne, Mitte! Junge! Raus! Oh, schau! Ja, schau! Was? Alter! Er sollte spielen! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Einmal weg! Ah, das gibt's doch nicht! Als wäre das so ein Kreisliga-Verein gerade. Oh, komm, so ein Schuss! Oh, jetzt habe ich den Ball durchgesteckt. Jetzt bin ich immer wieder auf dem Weg in den Strafraum und... Den hat er nicht, den hat er... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich dachte gerade schon! Dieses Match, Mann! Das macht mich gerade komplett seelisch! Nein! 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 Oh Gott! So möchte ich nicht gewinnen! Das war doof! So möchte ich nicht gewinnen! Jetzt bin ich aber leider im Rückstand. Das ist nicht gut. Ich hätte es ausgenutzt, Alter. Ich wäre so ein Assi gewesen. Erste Halbzeit der Verlängerung. Nice Kombination! Jetzt kommt die Flanke rein und... Ah! Da! Die Chance ist noch da! Die wieder rein! Jawoll! Jawoll! 2-2-1! Unfassbar! Unfassbar! Ekelhaft! Jawoll! Dein Eingewechselter auch noch, ey! Na klar! Als wäre es eine richtige Entscheidung gewesen. Wenn wir beide den Lagen nicht aussprechen wollen! Mann! Als ob das auch so ein heftiges Tor ist! Oh nein! Sagst du mich? Oh Gott! Nein! Nein! Ja! Ja! Da ist das Ding! Da ist das Ding in der letzten... Ey! Was ein spannendes Match, ey! Ich komm gar nicht mehr! Nein! Warum hau ich ihn hier einfach weg? Junge! Junge! Das ist auch meine größte Strecke! Ist immer der verteidende Klop! Boah! Zack! Und dann zurück! Und er haut ihn noch mal rein! Alter! Aber auch knapp muss er reingegangen sein! Boah! Junge! Okay! Schnell weg von dem kompletten Angriff! Ich muss das solide in Elfmeter spielen! Ich glaub nicht... Ja, läuft bei dir! Oh! Das war aber nicht abseits das! Das war nicht abseits! Da kommen wir noch durch, da der Gute war... Oh, naja! Ja! Yes! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Wie kann es passieren, bitte? Bäm! Nein! Alter! Bäm! Junge! Dieses Match, ey! Heftig! Schöne Flanke, aber echt immer nur dieses billige Nachtgang noch! Aber immerhin, drin ist drin! Unfassbar! Wirklich! Auch nicht... Ekelhaft! Ekelhaft! Richtig! Ekelhaft! Ja, wieder Angriff! Komm! Das möchtest du nochmal Angriff machen, aber ich werde dich einfach nur wegfaulen! Ich darf ja nochmal eingelaufen bin! Er beschwert sich halt einfach noch anstatt aufzustehen in den letzten paar Minuten! Jetzt lauuff! Och Junge! Oh! Puh! Unfassbar! Das ist nicht mal repräsentativ für das Match! Voll repräsentativ, Alter! Ich hab einfach viele Chancen genug genug! Schau dir den Ballbesitz an, ne? Ja, du und deinen ***en Ballbesitz, ey! Das kann nicht wahr! Schau dir die Torschüsse an! Jetzt 5 gegen 80, Alter, von mir! Ja, was ist das? Da ist das Ding rum! Unfassbar! Ja, ich verlange ein Rematch! Du hast gut gemacht, ne? Du kriegst ein Ghetto Faust! Das kriegen wir nicht! Vielleicht auch mal mit besseren Mannschaften, ne? Also man muss sagen, Gladbach ist gerade in der Teamphase! Aber schauen wir auf jeden Fall nochmal in einem Rematch! Ich dachte, das wäre jetzt mein Warmmacher für Paluten! Aber no chance, ey! Hat er mich tatsächlich nochmal geschlagen! Wenn ihr auch, einen Daumen nach oben da lasst und gerne ein Abo! Schaut bei Felix vorbei! Da kommen viele exciting Sachen jetzt von dir! Hier aus dem Ufo, weil du jetzt da bist! Und höchstwahrscheinlich ist der Felix dann auch mal ein bisschen mehr hier! Auf meinem Kanal! Ja, und der gibt auch wieder Gaming! Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder! Schaut vorbei! Daumen und alles mögliche! Bis dahin, ne? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Äh! 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 Juhu! Das Video ist vorbei! Ist aber nicht schlimm! Like mein Scheiß! Und lass ein Abo da! Guck mehr Videos! Guck, guck mehr Videos! Mir fällt nichts mehr ein! Tschüss! Tschüss!